Ist das ein Boxer? Oder doch ein Pirat? Wohl weder noch. Aber der Anblick von Bundeskanzler Olaf Scholz bleibt erstmal noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Nach einem Sturz beim Joggen heißt es für ihn erstmal noch Augenklappe tragen. Und dass an so einem Tag irgendetwas anders ist, merkt auch SPD-Chef Lars Klingbeil schnell. Da habe ich mir das Gefühl, heute werden mehr Fotos gemacht als sonst, sagen wir das nicht. Die Verletzungen nimmt Scholz mit Humor. Schon am Montag veröffentlicht er ein Foto auf der Plattform X mit der Unterschrift Bin gespannt auf die Memes. Doch das viel Wichtigere, Scholz macht klar, dass er sich durch die Verletzungen nicht besonders beeinträchtigt fühlt. Er nimmt bereits wieder an allen öffentlichen Terminen teil.